Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Heute zeige ich euch die besten Bücher für den Monat März 2019. Ja, ich habe dieses Mal wieder gesucht, ich bin die Bücherlisten durchgegangen und dieses Mal fiel es mir tatsächlich um einige schwerer Bücher rauszusuchen, die mein Interesse weckten. Das war im Februar anders, da flogen mir die Bücher förmlich zu. Ich hatte eine riesige Auswahl und dieses Mal, ja, im März waren es einfach nicht so viele, die mich jetzt ansprechen, aber ich denke, die Auswahl, die ich getroffen habe, ist trotzdem sehr gut. Die Bücher möchte ich auch lesen, wenn auch nicht in naher Zukunft. Das heißt, ich werde mir selbst keines davon kaufen, was einfach an meinem immens hohen Sub liegt und daran, dass ich im Monat Februar und Januar etwas ausgerastet bin, was Neuzugänge anbelangt. Ja, außerdem, habe ich für März auch zwei Bücher auf dem Schirm, die ich gerne hätte. Die sind aber schon was älter und die haben aber ganz klar Vorrang. Das heißt, die Bücher, die ich jetzt vorstelle, werden bei mir wahrscheinlich irgendwann in Form eines Rebuy-Pakets bei mir einziehen, aber nicht so schnell. Falls ihr irgendwelche Tipps habt für den Monat März, was neue Bücher anbelangt, dann schreibt das gern in die Kommentare. Vielleicht ist da für die anderen was dabei, vielleicht auch für mich selbst. Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was bei euch auf der Wunschliste steht und ich würde sagen, wir beginnen direkt. Ich blende euch die Cover wie immer ein. Die habe ich auch schon rausgesucht und ich werde das Ganze wieder chronologisch aufziehen. Das heißt, ich beginne mit dem Buch, das als erstes im Monat März veröffentlicht wird und zwar ist das von Sarah Kuttner, Kurt. Das Buch erscheint am 13. März im Fischer Verlag und ja, ich weiß nicht, wer von euch Sarah Kuttner noch von früher kennt. Ich kenne sie von ihrer eigenen MTV-Sendung. Ich habe das damals sehr gerne geguckt. Ich finde sie auch richtig sympathisch und mir war es ehrlich gesagt nicht bewusst, dass sie auch schreibt. Das tut sie ja auch schon länger. Als ich auf Kurt gestoßen bin, habe ich einen Blick in ihr älteres Buch geworfen. 180 Grad mehr heißt das und da muss ich ganz klar sagen. Ich habe die ersten Seiten durchgelesen und ich war wirklich begeistert von der Sprache. Die Sprache ist so einfach und dennoch kompliziert, bildlich, richtig toll und das ist auch das, was über Kurt gesagt wird. Es wird gesagt, dass Sarah Kuttner das Ganze einfach und kompliziert schreibt, so wie nur sie es kann. Und ich glaube, zumindest von dem, was ich bisher gelesen habe, das trifft es ganz gut. Um was geht es in Kurt? In Kurt geht es um Lena, die zusammen mit ihrem Freund Kurt in ein Haus zieht. Sie haben sich erst vor kurzem eines gekauft und ihre größte Herausforderung ist momentan, dass sie Brandenburg als ihr neues Zuhause akzeptiert. Das fällt ihr momentan sehr schwer. Ja, das ist allerdings nicht das größte Problem, was sie bald haben wird. Eigentlich ist das eine Nichtigkeit in Anbetracht dessen, was ihr bevorsteht. Und zwar stürzt der kleine Kurt. Ich gehe mal davon aus, das ist deren Sohn. Ich bin mir aber nicht sicher. Da steht nichts dazu auf dem Klappentext. Und er verunglückt tödlich. Zurückbleiben drei Erwachsene, die natürlich einer Tragödie ausgesetzt sind, die mit ihrem Leben klarkommen müssen, mit ihrer Trauer. Und Sarah Kuttner beschreibt hier wohl, wie eine ganz normale Familie im schlimmsten Fall der Fälle zusammenhält. Ja, vom Inhalt der Story könnte man jetzt sagen, naja, das ist ja nicht wirklich umfangreich, ziemlich einfach. Ich denke aber, dass es bei diesem Buch eher darauf ankommen wird, wie die Menschen mit ihren Emotionen umgehen, ja, wie die zwischenmenschliche Entwicklung untereinander ist. Und die Sprache wird hier, glaube ich, ganz klar wieder ein Erlebnis sein. Deswegen glaube ich, das Buch hat auf jeden Fall Potenzial. Mich interessiert auch einfach, wie sie schreibt, wie sie ihre Geschichten aufbaut. Vielleicht lese ich 180 Grad mehr noch ein bisschen früher. Das wird wahrscheinlich auch bei Webuy irgendwo zu bekommen sein. Und ja, ich möchte mir einfach ein Bild von ihr machen, als Autorin, als Schriftstellerin. Deswegen bin ich da sehr gespannt darauf. Das nächste Buch ist ebenfalls keine leichte Kost, eher im Gegenteil. Das Buch hat bereits vier Preise, meine ich, gewonnen. Französische Preise. Es handelt sich auch um einen französischen Autor. Und zwar Philippe Lancan. Das Buch heißt Der Fetzen. Erscheint am 14. März im Tropenverlag. Ja, wer ist Philippe Lancan? Ich weiß nicht, wer von euch schon was von ihm gehört hat. Er ist Journalist und Schriftsteller und auch Mitwirker des Magazins, des Satire-Magazins Charlie Hebdo. Und ich denke, da hat man dann auch schon gewisse Assoziationen. Es geht hier um das Attentat am 7. Januar 2015. Philippe Lancan war anwesend, obwohl er das eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Er startete der Redaktion spontan einen Besuch ab. Und ja, zu dieser Zeit traten die maskierten Männer in die Redaktion ein, töteten einige seiner Kollegen, viele seiner Kollegen und schossen ihm wohl auch durch seinen Unterkiefer. Philippe Lancan wollte als Gastdozent nach Princeton gehen. Daraus wurde natürlich nichts. Er konnte auch nicht mehr sein geliebtes Instrument, die Querflöte spielen. Man kann also kurz und knapp sagen, sein Leben hat sich komplett verändert von heute auf morgen. Und zwar nicht nur körperlich. Er musste einige Operationen erdulden. Ich weiß nicht, ich glaube sogar im zweistelligen Bereich, damit sein Unterkiefer wiederhergestellt werden konnte sozusagen. Und auch psychisch war das Ganze natürlich eine sehr große Belastung, beziehungsweise ist es mit Sicherheit immer noch. In diesem Buch behandelt er seine Traumata. Und ich denke, es ist überhaupt nicht leicht, das Ganze zu lesen, weil es für uns ja dann auch nochmal sehr nah ist. Überall auf der Welt passieren schlimme Dinge, das ist ganz klar. Und da möchte ich auch keine Abstufungen irgendwie treffen. Aber ich denke, das Ganze reicht uns vielleicht nochmal mehr, ist für uns noch drastischer, weil es eben sozusagen direkt um die Ecke passiert ist. Und ich glaube, es liegt einfach außerhalb unserer Vorstellungskraft, wie schlimm das gewesen sein muss. Trotzdem möchte ich es gerne lesen, weil es mich schon interessiert, wie er sich zurück ins Leben gekämpft hat. Und das hat er wohl. Ich denke, es wird auf jeden Fall auch seinen Grund haben, warum er so viele Preise für dieses Buch schon bekommen hat. Und ja, deshalb möchte ich dieses Buch auf jeden Fall auch im Rahmen dieses Videos vorstellen. Das nächste Buch stammt von Charles Lewinsky und heißt Der Stotterer. Es erscheint am 20. März im Diogenes Verlag. Ja, es geht hier um einen Stotterer, der Ungarn spricht, eben aufgrund des Stotterns. Er verlässt sich ganz auf das geschriebene Wort und versucht damit auch die Menschen um sich herum zu beeinflussen. Ja, eines Tages wird er aufgrund eines Betrugs ins Gefängnis gesteckt. Er nennt es selbst eine schriftstellerische, ja, Unsorgfältigkeit, meine ich. Und selbst im Gefängnis versucht er dann, die Menschen zu manipulieren, beziehungsweise die Menschen für sich zu gewinnen, die sein Schicksal in der Hand haben. Dabei geht es beispielsweise um einen Verleger, um einen Drogenboss, um einen Gefängnispfarrer. Und für mich hört sich die Story spannend an. Ich habe auch schon was von Charles Lewinsky gelesen, weiß den Titel aber nicht mehr. Ich war aber begeistert davon. Deswegen stecke ich auch große Hoffnung in dieses Buch und mal sehen, wie es sein wird. Weiter geht es mit einem Thriller. Ja, das darf natürlich bei mir nicht fehlen. Und zwar mit Mein. Wie weit wirst du gehen, um ihn zu behalten? Dieses Buch stammt von einer Autorin namens J. L. Butler. Das ist aber ein Pseudonym für eine britische Autorin und Schriftstellerin, die wohl auch schon einige Bestseller veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, um wen es sich hier handelt. Ich habe nicht nachgeguckt. Kann durchaus sein, oder vielleicht wird es zumindest gemutmaßt, wer sich dahinter verbergen könnte. Keine Ahnung. Für mich hat sich die Story spannend angehört. Und zwar geht es hier um eine Staatsanwältin namens Fran Sin Day. Und sie ist überzeugt davon, dass ihr nächster Fall ihr zu ihrer Karriere verhelfen könnte. Und zwar geht es hier um Martin und seine Frau Donner. Er möchte sich von ihr scheiden lassen. Er möchte sie loswerden. Er ist ein sehr reicher Mann, auch sehr attraktiv. Was der Grund dafür ist, weswegen die Staatsanwältin ihm auch mehr und mehr verfällt. Und die beiden beginnen eine Affäre. Ja, ist natürlich von Grund auf schon sehr fragwürdig, wenn man mit dem Mandanten eine Affäre beginnt. Das Problem ist nur, dass seine Frau Donner kurz darauf spurlos verschwindet. Martin gerät jetzt natürlich ins Visier, oder Martin gerät jetzt ins Visier. Und Fran Sin hat aber auch ein Geheimnis. Sie ist nämlich die Letzte, die Donner lebend gesehen hat. Ja. Mal sehen, wie sich diese Story entwickeln könnte. Ich finde, es hört sich auf jeden Fall nach einem spannenden Thriller an. Also genau nach meinem Geschmack. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch auch etwas. Erscheinen wird dieses Buch am 26. März im Rowold Verlag. Ja, und abschließend möchte ich dieses Video mit einem weiteren Thriller, und zwar von Jillian Hoffman. Es geht um den vierten Teil der Cupido-Reihe, und zwar Nemesis. Dieses Buch erscheint ebenfalls am 26. März, und zwar im Wunderlich Verlag. Hier geht es um eine Anwältin namens Townsend. Und sie entdeckt eines Tages eine Frauenleiche, die mit einem Branding versehen ist. Und zwar handelt es sich bei diesem Branding um einen Blitz, der in einem Kreis ist. Und das spricht wohl für einen Club, der vor einigen Jahren in Florida zu Gange war und den Bundesstaat in Angst und Schrecken versetzt hat. Ja, dieser Club, bzw. die Mitglieder dessen sind dafür bekannt, dass sie sehr viel Geld bezahlen, um via Livestream mit ansehen zu können, wie Frauen vergewaltigt und getötet werden. Also wirklich schon eine sehr krasse Thematik. Die Mitglieder sind sehr reich, haben viel Einfluss, weswegen sie von der Justiz sehr wahrscheinlich nicht belangt werden. Deswegen sieht sich Townsend gezwungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ja, und währenddessen verschwindet bereits die nächste Frau. Hört sich schlimm an. Ginny & Hoffmans Thriller sind zum Teil ja auch wirklich heftig. Und das kann ich mir auch bei diesem sehr gut vorstellen. Aber sie hat mich mit ihren Thrillern auch noch nie enttäuscht. Deswegen denke ich, dass das auch ein sehr gutes Buch werden wird. Und das waren auch schon die Bücher, die mich für den Monat März angesprochen haben. Wie gesagt, wenn ihr die Liste ergänzen möchtet, dann tut das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich immer über euren Input. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt einen schönen Tag oder Abend und bis bald. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020